So, da bin ich wieder zurück. Ihr seht schon, ich bin ja gerade die ganzen Aufgaben am machen, die wir jetzt heute neu reinbekommen haben. Und was habe ich auch noch freigeschaltet? Die Luftakrobatik von Neymar Junior. Was ihr dafür machen müsst, kann ich euch ganz einfach zeigen. Denn hier machen wir natürlich erstmal einfordern bzw. ausrüsten. Ein bisschen flexen, dass wir die Sache schon haben. Wir gehen erst einfach mal, geht einfach auf den Battle Pass, geht bis ganz hinten hin. Und ihr seht schon, hier ist der Hängekleider. Er ist jetzt auch schon freigeschaltet. Ich glaube, er war bei 60 Aufgaben. Ich glaube, der Hängekleider müsste bei 56 Aufgaben oder sogar nur 55 Aufgaben sein. Und welche Aufgaben sind damit gemeint? Ihr könnt es euch schon fast denken. Genau diese hier. Die, die einfach wöchentlich rauskommen. So könnt auch ihr den Hängekleider freischalten. Ich hoffe, ich konnte euch mit der Info ein bisschen weiterhelfen. Alle, die nicht wissen, wie sie den Hängekleider bekommen können. Also Dankeschön. Vielleicht ein Like da lassen. Wenn noch kein Abonnent ist, nichts mehr verpassen willst, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne, euch viel Spaß beim Leveln. Und natürlich auch Neymar freispielen. In dem Sinne, haut rein.